ich begrüße sie zu einem weiteren video tooltip für security insider und zeige ihnen in diesem tooltip das tool prozess hacker die open source software ist ein tool mit dem sie recht umfänglich die einzelnen prozesse auf ihrem rechner sie sehen hier bereits das fenster überwachen können und auch entsprechend steuern können wenn sie den prozess her gestatten sehen sie zum einen jetzt hier die einzelnen prozesse auch farblich hinterlegt sie sehen die daten dieser prozesse und den ressourcenverbrauch sowie der benutzername unter dem der prozess ausgeführt wird und sie können hier auch entsprechend über das kontextmenü auf die prozesse zugreifen das heißt wenn sie einen prozess haben den sie zum beispiel beenden möchten dann können sie über das kontextmenü hier prozesse beenden neu starten lassen sie können dampf files erstellen sie können auch prioritäten ändern damit sollte man natürlich vorsichtig umgehen aber sie können wie sie sehen recht umfassend auf die prozesse zugreifen parallel dazu können sie über services auch die systemdienste verwalten und hier sehen sie zum einen den status von systemdiensten sie können auch hier über das kontextmenü systemdienste starten beenden sogar löschen mit open key haben sie die möglichkeit direkt in die registry einträge von diensten zu wechseln um hier einstellungen zu ändern dazu kommt die möglichkeit dass sie über tools create service eigene systemdienste in windows erstellen können und eben hier über tools dann auch entsprechend noch andere informationen auslesen können zum beispiel daten von ausführbaren dateien die sie für die analyse brauchen oder eben daten für die auslagerungs dateien in windows sowie deren größe neben diesen funktionen bietet der prozess hacker auch daten zu dem netzwerk verkehr von einzelnen prozessen ich maximiere mal das fenster sie sehen jetzt hier die einzelnen prozesse sie sind die lokale adresse also auch die ip adresse oder eben den rechner namen sie sehen den verwendeten port sie sind die remote adresse und den remote port das verwendete protokoll und den status das heißt sie können hier in einem tool ihre prozesse verwalten hier auch steuern sie sehen den status von diensten sie können sich von diensten informationen anzeigen lassen wie den registry key oder natürlich auch die ausführbaren dateien oder eben die systemdateien je nachdem was hier betroffen ist und zwar direkt im explorer ohne zusatztools sie sehen die auslastung des netzwerks für einzelne prozesse und natürlich auch die auslastung der datenträger und können hier also sehr umfassend analysieren sehr viel besser wie mit vielen anderen tools die teilweise auch noch kostenpflichtig sind denn prozess hacker steht komplett kostenlos als open source zur verfügung und kann auch als portable version gestattet werden zusätzlich können sie über systeminformationen sich grafisch anzeigen lassen wie die einzelnen ressourcen auf dem computer verbraucht werden und wenn sie eben gerade bei solchen peaks mit der maus drüber fahren erhalten sie zusätzliche informationen um welchen prozesse sich handelt wie viel auslastung aktuell verursacht und können dann hier wiederum mit dem tool das ganze analysieren standardmäßig benötigt prozess hacker nicht unbedingt administrative rechte sie können das tun auch mit standard rechten starten über den menüpunkt hacker können sie entweder zum administratoren modus wechseln oder zum limited user modus wechseln und sie können hier sogar mit find handles oder dll direkt nach dll dateien oder handel suchen und auch diese dann steuern es wird also schnell klar dass sie mit prozess hacker sehr schnell einen überblick über die einzelnen prozesse auf einem windows computer erhalten können übrigens auch auf servern und sie mit den registerkarten services network und disk sich auch noch darüber hinaus einen überblick darüber verschaffen können wie das tool denn die einzelnen dienst nochmal wie die einzelnen prozesse die dienste beeinflussen beziehungsweise wie die prozesse von diensten das netzwerk beziehungsweise die datenträger beeinflussen gerade zur analyse von netzwerkproblemen oder von leistungsproblemen ist process hacker also ein durchaus brauchbares tool es kommt immer mal wieder vor abhängig von der version des virenscanners oder dem hersteller des virenscanners den sie nutzen dass process hacker als virus erkannt wird das liegt aber dann daran dass es ein false positiv ist das heißt process hacker hat keinen virus im standard archiv drin aber der eine oder andere virenscanner merkt das ab und an dass das tool recht weitreichende rechte natürlich im system für sich beansprucht um diese daten anzuzeigen und auf die konfiguration zuzugreifen und meldet das tool dann eben teilweise als virus das ist aber aktuell mir zumindest in windows 10 den aktuellen versionen nicht aufgefallen ich hoffe ich konnte ihnen mit diesem video die funktionen und die möglichkeiten von process hacker näher bringen und sie schauen sich auch die anderen videos bei security insider an